Jede Woche neue Hörbücher auf dem Kanal des ABP Verlag. Abonnieren Sie unseren Kanal, klicken Sie auf die Glocke und erzählen Sie Ihren Freunden von uns. Der ABP Verlag präsentiert Joe Vitale und Ihaleakala Yulen Zero Limits mit der hawaiianischen Ho'oponopono-Methode zu Gesundheit, Wohlstand, Frieden und mehr. Gelesen von Rigné Barken. Viel Spaß beim Zuhören. Vorwort. Wo Frieden beginnt. Für Morna und Kai. Dr. Yulen. Für Mark Ryan und Nerissa. Dr. Vitali. Ho'oponopono ist ein höchst wertvolles Geschenk, durch das man ein Zusammenwirken mit der inneren Göttlichkeit entwickeln, und jederzeit um die Reinigung unserer Fehler im Denken, Sprechen und Handeln bitten kann. In diesem Prozess geht es im Wesentlichen um Freiheit, völlige Freiheit von der Vergangenheit. Morna Nahamaku-Simeona, Ho'oponopono-Meisterlehrerin, Schöpferin von Selbstidentität durch Ho'oponopono, 1983 vom Bundesstaat Hawaii durch die Hongwan-Yim Mission of Honolulu und die Gesetzgeber des Bundesstaates Hawaii zum lebenden Schatz ernannt. Die liebenswerte Morna Simeona, Schöpferin und erste Meisterlehrerin von Selbstidentität durch Ho'oponopono, hatte auf ihrem Schreibtisch ein Poster, auf dem stand, Frieden beginnt in mir. Ich erlebte diesen Frieden, der mein Verständnis überstieg, als ich mit ihr von Dezember 1982 bis zu diesem schicksalhaften Tag im Februar 1992 in Kirchheim in Deutschland zusammenarbeitete und reiste. Selbst als sie tot auf ihrem Bett lag, von Chaos umgeben, verströmte sie eine Stille, die über jegliches Verstehen hinausging. Es war mein großes Glück und eine große Ehre, dass ich von Morna im November 1982 unterrichtet wurde und ein Jahrzehnt lang bei ihr sein durfte. Seither praktiziere ich Selbstidentität durch Ho'oponopono. Ich freue mich, dass diese Botschaft mit der Hilfe meines Freundes Dr. Joe Vitale nunmehr die Welt erreichen kann. Die Wahrheit ist jedoch, dass diese Botschaft nur sie erreichen muss, da wir alle eins sind und alles im Innen geschieht. Der Friede des Ich Alle Bücher von unserem Verlag werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen irgendeine Haftung. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Einführung Im Jahr 2006 schrieb ich einen Artikel mit dem Titel Der außergewöhnlichste Therapeut der Welt. Darin ging es um einen Psychologen, der dazu beitrug, dass eine ganze Krankenstation geisteskranker Krimineller geheilt wurde, ohne einen der Insassen jemals als Therapeut behandelt zu haben. Er benutzte eine außergewöhnliche Heilmethode aus Hawaii. Bis zum Jahr 2004 hatte ich noch nie von ihm oder seiner Methode gehört. Ich suchte zwei Jahre lang, bis ich ihn fand. Danach erlernte ich seine Methode und schrieb diesen mittlerweile berühmten Artikel. Der Artikel überschwemmte das Internet. Er wurde in Newsgroups gepostet und über riesige E-Mail-Listen an Menschen in allen Lebenssituationen verschickt. Den Mitgliedern meiner eigenen Liste bei www.mrfire.com gefiel der Artikel und sie leiteten ihn an tausende andere Menschen weiter. Diese wiederum leiteten ihn an Familienmitglieder und Freunde weiter. Meiner Schätzung nach könnten etwa fünf Millionen Menschen diesen Artikel gelesen haben. Alle, die diesen Artikel gelesen hatten, konnten es kaum glauben. Einige fühlten sich durch ihn inspiriert, einige waren skeptisch. Aber alle wollten mehr erfahren. Dieses Buch ist das Ergebnis dieser Wünsche und mein Bestreben, sie zu erfüllen. Selbst wenn ich für Sie schon ein alter Bekannter bin und Sie die fünf Schritte aus meinem früheren Buch »The Attractor Factor« kennen, könnte es sein, dass Sie die unglaublichen Erkenntnisse nicht verstehen, die ich Ihnen in diesem Hörbuch vorstellen werde. Zumindest nicht sofort. Der ganz einfache Vorgang, den ich Ihnen in diesem Hörbuch schildern werde, wird Ihnen erklären, weshalb es mir möglich war, einige enorme Erfolge zu verzeichnen, ohne dass ich mich wirklich anstrengen musste. Hier nur einige Beispiele. Mein Nightingale Conant-Audioprogramm »The Power of Outrageous Marketing« erschien, nachdem ich nach zehn Jahren aufgehört hatte, bei Nightingale Conant an die Tür zu klopfen. Wie kam es, dass ich von einem Obdachlosen zu einem armen, sich abmühenden Autor und danach im Internet zu einem höchst erfolgreichen Marketing-Guru wurde, obwohl ich überhaupt keinen Plan hatte? Der Wunsch, einen BMW Z3-Sportwagen in mein Leben zu ziehen, führte mich dazu, mich von einer Marketing-Idee im Internet inspirieren zu lassen, an die zuvor noch niemand gedacht hatte, was mir an einem Tag 22.500 Dollar einbrachte und nach etwa einem Jahr etwa 250.000 Dollar. Mein Wunsch, in den texanischen Bergen ein Landgut zu kaufen und dort zu wohnen, entstand, als ich pleite war. Eine Scheidung brachte mich dazu, ein neues Unternehmen zu gründen, mit dem ich an einem Tag 50.000 Dollar verdiente. Meinen enormen Gewichtsverlust von 36 Kilogramm verzeichnete ich, nachdem ich aufgegeben hatte zu hungern und mich einer neuen Möglichkeit öffnete, meinen Wunsch zu erfüllen. Mein Wunsch, Autor eines Buchs zu werden, das auf Platz 1 der Bestsellerlisten steht, brachte mich dazu, ein Buch zu schreiben, das auf Platz 1 kam, obwohl ich niemals plante, dieses zu schreiben und die Idee nicht einmal von mir stammte. Ich trat in dem Filmhit »The Secret« auf, ohne dass ich überhaupt darum bettelte, bat oder mich darum bemühte. Meine Auftritte bei Larry King live im November 2006 und März 2007 fanden statt, ohne dass ich dies jemals beabsichtigt hätte. Und jetzt, gerade als ich diese Worte schreibe, sprechen die Großen in Hollywood darüber, mein Buch »The Attractor Factor« zu verfilmen und wieder andere stehen in Verhandlungen, mir ein eigenes TV-Programm einzurichten. Diese Liste könnte ich noch lange fortführen, aber sie haben mich bereits verstanden. In meinem Leben ereignen sich viele Wunder. Aber weshalb geschehen sie? Einstmals lebte ich auf der Straße, war obdachlos. Heute bin ich Autor eines Bestsellers, zähle zur Prominenz im Internet und außerdem bin ich Multimillionär. Was ist mit mir geschehen, dass ich diese Erfolge erzielen konnte? Ja, ich verfolgte meine Träume. Ja, ich schritt zur Tat. Ja, ich war ausdauernd. Haben das nicht auch eine Menge anderer Menschen ebenso gemacht und dennoch nicht diese Erfolge erzielt? Wenn Sie das, was ich schon erreicht und eben aufgelistet habe, kritisch betrachten, dann können Sie erkennen, dass keiner dieser Erfolge von mir allein erzielt wurde. Vielmehr ist diesen Erfolgen eine Art göttliche Planung gemeinsam, an der ich zuweilen unabsichtlich nur Teilnehmer war. Ich möchte es gern anders erklären. Gegen Ende des Jahres 2006 führte ich ein Seminar mit dem Titel »Wochenende der Offenbarung« durch, das stark von dem beeinflusst ist, was ich gelernt habe, nachdem ich diesen mysteriösen hawaiianischen Therapeuten und seine Methode entdeckt hatte. Im Rahmen dieses Seminars bat ich die Teilnehmer, alle Möglichkeiten aufzuschreiben, die sie kannten, um etwas zu manifestieren oder in ihr Leben zu ziehen. Die Antworten lauteten »Affirmationen, Visualisierungen, Zielsetzungen, Methoden der Körperwahrnehmung, das Fühlen des Ergebnisses, schriftliche Ausarbeitungen, die Methode EFT, Techniken der emotionalen Freiheit oder Klopfmethode und viele andere.« Als die Teilnehmer erst einmal jede einzelne Möglichkeit aufgelistet hatten, um damit ihre eigene Realität zu schaffen, fragte ich sie, ob diese Methoden denn immer und ausnahmslos funktionierten. Alle gaben zu, dass sie nicht immer funktionierten. »Nun, weshalb eigentlich nicht?«, fragte ich sie. Niemand konnte es mit Sicherheit sagen. Und dann konfrontierte ich die Teilnehmer mit meiner Beobachtung. »All diese Möglichkeiten haben ihre Grenzen«, erklärte ich. »Es sind Spielzeuge, mit denen ihr Verstand spielt, um sie glauben zu machen, dass sie für sich selbst verantwortlich seien. Aber die wirklichen Wunder kommen erst dann, wenn man diese Spielzeuge sein lässt und an einen Ort in sich selbst glaubt, an dem es keine Grenzen gibt.« »Danach sagte ich ihnen, dass der Ort, an dem sie in ihrem Leben wirklich etwas wollten, hinter allen diesen Spielzeugen läge, jenseits dieses Geschwätzes des Verstandes und genau dort, wo sich das befindet, was wir das Göttliche nennen. Ich erklärte weiter, dass es im Leben mindestens drei Ebenen gibt. Erstens die Ebene des Opfers, dann die des Gestalters des eigenen Lebens und letztlich, wenn man Glück hat, die des Dieners des Göttlichen. Auf dieser letzten Ebene, über die ich in diesem Buch noch schreiben werde, geschehen erstaunliche Wunder, fast mühelos. Heute Morgen führte ich mit einem Experten für Zielsetzungen wegen meines Hypnotic Gold-Mitgliederprogramms ein Gespräch. Dieser Experte hat ein Dutzend Bücher geschrieben und davon Millionen Exemplare verkauft. Er weiß, wie man Menschen lehrt, sich Ziele zu setzen. Der größte Teil seiner Philosophie dreht sich darum, den brennenden Wunsch zu haben, etwas zu erreichen. Das ist allerdings eine unvollständige Strategie. Ich fragte ihn, was er vorschlagen würde, wenn jemand nicht motiviert sei, sich ein Ziel zu setzen und erst recht nicht, es zu erreichen. Wenn ich das wüsste, begann er, könnte ich die meisten Probleme auf der Welt lösen. Er sagte weiter, dass man hungrig sein müsse um ein Ziel zu erreichen. Wenn man es nicht ist, würde man nicht über die erforderliche Disziplin verfügen, um sich auf das Ziel zu konzentrieren und darauf hinzuarbeiten. Was aber ist, wenn man nicht hungrig genug ist, fragte ich? Dann wird man sein Ziel nicht erreichen. Und was macht man, damit man hungrig oder motiviert wird? Darauf hatte er keine Antwort. Und genau das ist der springende Punkt. An einem gewissen Punkt versagen alle Selbsthilfe- und Zielsetzungsprogramme. Sie treffen dann auf das Problem, dass, wenn jemand nicht bereit ist, etwas zu erreichen, er nicht die erforderliche Energie aufbringen wird, um es zu manifestieren. Er hört einfach auf. Jeder kennt das aus eigener Erfahrung, wenn er beim Jahresübergang zum 1. Januar Vorsätze fasst und diese am 2. Januar schon wieder vergessen hat. Die gute Absicht war zwar da, aber etwas Tieferes stimmte mit den bewussten Wünschen nicht überein. Wie sollte man nun mit diesem tieferen Zustand umgehen, der nicht hungrig ist? Genau dafür ist die hawaiianische Methode geeignet, die Sie im Verlauf dieses Hörbuchs erlernen werden. Sie hilft, das Unbewusste zu reinigen, denn das ist genau die Stelle, an der sich die Blockade befindet. Sie hilft, die verborgenen Programme aufzulösen, die Sie davon abhalten, Ihre Wünsche zu erfüllen, ganz gleich, ob es Gesundheit, Reichtum, Glück oder etwas anderes ist. Alles geschieht in Ihnen. Das alles werde ich Ihnen in diesem Hörbuch erklären. Im Augenblick denken Sie bitte einmal über Folgendes nach. Aus dem Buch »The User Illusion« von Thor Nörtranders stammt ein Zitat, das den Kern der Achterbahnfahrt zusammenfasst, auf die Sie sich gerade einlassen. Das Universum entstand, als das Nichts in den Spiegel blickte und sich selbst sah. Kurz, Zero Limits handelt davon, in diesen Zustand des Nichts zurückzukehren, als Nichts existierte, jedoch alles möglich war. In diesem Nichts gibt es keine Gedanken, Worte, Taten, Erinnerungen, Programme, Überzeugungen oder irgendetwas anderes. Ganz einfach Nichts. Eines Tages jedoch sah das Nichts sich selbst im Spiegel, und Sie wurden geboren. Von da an erschufen Sie Überzeugungen, Programme, Erinnerungen, Gedanken, Worte, Taten und noch mehr, nahmen sie auf und akzeptierten sie unbewusst. Viele dieser Programme führen zum Anbeginn des Seins selbst zurück. Ziel dieses Hörbuchs ist es, Ihnen zu helfen, in jedem Augenblick Wunder zu erfahren. Von nun an werden Ihnen Wunder wie diejenigen widerfahren, die ich beschrieben habe. Sie werden für Sie einzigartig sein, und Sie werden ebenso fantastisch, magisch und wunderbar sein. Meine Erfahrung mit dieser spirituellen Raumschifffahrt in die Macht jenseits des Begreifbaren war fast unbeschreiblich. Ich habe Erfolge weit über meine kühnsten Träume hinaus. Ich verfüge über neue Fertigkeiten, und das Niveau meiner Selbstliebe und das meiner Liebe für die Welt liegen auf einer Ebene, auf der die Worte fehlen, um sie beschreiben zu können. Ich lebe nahezu immer in einem Zustand der Ehrfurcht. Ich möchte es so formulieren. Jeder hat eine Brille, durch die er die Welt sieht. Religionen, Philosophien, Therapien, Autoren, Redner, Gurus und technische Analysten nehmen die Welt über eine besondere geistige Einstellung wahr. In diesem Hörbuch werden Sie lernen, wie Sie eine neue Brille benutzen können, mit der Sie alle anderen Brillen ersetzen können. Und wenn es Ihnen erst einmal gelungen ist, dann werden Sie an dem Punkt sein, den ich als das Grenzenlose bezeichne. Bitte verstehen Sie, dass dieses Buch das erste Buch in der Geschichte ist, das die modernisierte hawaiianische Methode des Heilens enthüllt, die man Selbstidentität durch Ho'oponopono nennt. Berücksichtigen Sie bitte aber auch, dass darin nur die Erfahrung eines Mannes mit dieser Methode beschrieben wird, meine Erfahrung. Während dieses Buch mit dem Segen des Therapeuten verfasst wird, der mich diese erstaunliche Methode lehrte, wurde alles Folgende durch meine Sicht der Welt zum Ausdruck gebracht. Um Selbstidentität durch Ho'oponopono völlig verstehen zu können, müssen Sie diese Methode selbst ein Wochenende lang erlernen und erfahren. Ausbildungsseminare finden Sie unter www.zerolimits.info Letztlich kann die Essenz dieses Hörbuchs in einem Satz zusammengefasst werden, in einem Satz, den Sie anzuwenden, erlernen werden. Ein Satz, der das ultimative Geheimnis des Universums enthüllt, ein Satz, den ich Ihnen und dem Göttlichen jetzt sagen möchte. Ich liebe dich. Holen Sie sich eine Fahrkarte und nehmen Sie Platz. Der Zug in Ihre Seele wird gleich abfahren. Halten Sie Ihren Hut fest. Ich liebe dich. Aloha wao iaoi. Dr. Joe Vitale. Ao Akua. Austin, Texas. www.mrfire.com Kapitel 1 Das Abenteuer beginnt Friede sei mit euch. All mein Friede. Im August 2004 hielt ich auf der jährlichen Messe der National Guild of Hypnotics eine Rede und arbeitete an meinem Ausstellungsstand. Ich genoss die Menschen, die Veranstaltung, die Energie und das Kontakteknüpfen. Allerdings war ich nicht auf dieses mein Leben verändernde Ereignis vorbereitet, das an diesem Tag beginnen sollte. Mein Freund Mark Ryan war mit mir am Stand. Mark ist ebenfalls Hypnose-Therapeut. Er ist sehr aufgeschlossen, neugierig, redegewandt und äußerst hartnäckig, wenn es darum geht, das Leben und seine Geheimnisse zu erforschen. Wir unterhielten uns oft stundenlang. Wir sprachen über unsere Helden in der Therapie, von Milton Erickson bis hin zu weniger bekannten Schamanen. Im Verlauf eines dieser Gespräche überraschte mich Mark mit der Frage, hast du jemals von dem Therapeuten gehört, der Leute heilte, ohne dass er sie jemals sah? Diese Frage ließ mich innehalten. Ich hatte von Geistheilern gehört, auch von Fernheilern, aber Mark schien etwas völlig anderes zu meinen. Er ist Psychologe und hat eine ganze psychiatrische Klinik voller geistesgestörter Krimineller geheilt, ohne dass er auch nur einen Patienten jemals persönlich gesehen hat. Was machte er? Er benutzte ein hawaiianisches Heilsystem, Ho'oponopono. Ho'was? fragte ich. Ich bat Mark, diesen Begriff ein Dutzendmal zu wiederholen. Ich hatte noch nie zuvor davon gehört. Mark kannte die Geschichte oder den Prozess nicht gut genug, als dass er mir viel mehr darüber erzählen konnte. Ich gebe zu, dass ich neugierig war, aber ich gestehe auch, dass ich skeptisch war. Ich dachte mir, dies sei eine moderne Legende. Menschen heilen, ohne sie überhaupt zu sehen? Ja, ja, ist schon in Ordnung. Mark erzählte mir aber noch die folgende Geschichte. Ich bin etwa 16 Jahre lang regelmäßig nach Mount Shasta in Kalifornien gereist, um zu mir selbst zu finden, erklärte Mark. Dort gab mir ein Freund ein Heft, das ich nie vergesse. Es war weißes Papier mit blauer Druckfarbe. Es handelte sich um einen Artikel über diesen hawaiianischen Therapeuten und seine Methode. Jahrelang las ich diesen Artikel immer wieder. Er beschrieb nicht, was der Therapeut tatsächlich machte, aber er berichtete, dass er mit seiner Methode Menschen heilte. Und wo ist dieser Artikel jetzt? fragte ich. Ich wollte ihn lesen. Ich kann ihn nicht mehr finden. Sagte Mark. Aber etwas sagte mir, ich solle dir darüber erzählen. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber ich war ebenso fasziniert wie du. Ich möchte auch mehr darüber wissen. Bis zur nächsten Messe dauerte es ein Jahr. In den dazwischenliegenden Monaten stöberte ich im Internet, aber ich konnte nichts über einen Therapeuten finden, der Menschen heilte, ohne sie persönlich zu sehen. Sicherlich, es gibt Informationen über Fernheilung, wenn jemand eine andere Person heilt, ohne dass diese anwesend ist. Aber ich verstand, dass der hawaiianische Therapeut etwas anderes machte. Wie ich noch erfahren sollte, gibt es überhaupt keine Art der Heilung, wie er sie praktizierte. Außerdem wusste ich nicht, wie Ho'oponopono buchstabiert wurde. Und so konnte ich im Internet auch nicht danach suchen. Also ließ ich es sein.